Hallo, ich bin Simona Hanselmann und ich unterstütze die Aktion 600 Leben zum Welttag der Suizidprävention. Circa 10.000 Menschen nehmen sich jährlich in Deutschland das Leben. 600 davon sind 25 Jahre oder jünger. Symbolisch für diese 600 Menschen treffen wir uns am 10. September um 12 Uhr am Brandenburger Tor. Wir bitten euch um Unterstützung. Kommt mit euren Freunden und lasst euch auf ein Signal zu Boden fallen. Wenn es uns gelingt, euch in zwei Minuten wieder auf die Beine zu helfen, dann wünschen wir uns dafür von einem Sponsor eine nationale Aufklärungskampagne zum Thema Suizid und Depression. Wir wollen das Thema psychische Erkrankungen und Suizid enttabuisieren. Bitte helft uns dabei und nehmt am 10. September um 12 Uhr an der Aktion teil.